auf seinem Platz liegen haben, was den Ausschussbericht angeht. Und wir würden mit der Fraktionsrunde starten. Erste Redner wären, wenn gewünscht, freie Bürger, freie Wählerfraktion. Das ist nicht der Fall. FDP-Fraktion nicht der Fall. Dann würde die AfD, Herr Lommel, jetzt dran sein. Welcher andere? Ach, hier? Okay. Danke, warten wir mal. Das ist Bündnis 90 Die Grünen. Frau Mühle, bitte. Danke. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Menschen, die es bis jetzt noch im Stream ausgehalten haben. Am Ende kommt noch mal ein wichtiges Thema aus unserer Sicht, was überschrieben ist, auch mit dem ersten Punkt unseres Antrags. Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Leider ist das in diesem Wahlkampf in Dresden und auch anderswo in Deutschland so nicht eingehalten worden, nicht von allen. Es gab bei nächtlichen Plakatieren, aber auch bei anderen Gelegenheiten, Übergriffe, Angriffe, wehrbar, körperlich, mit schlimmen Verletzungen. Deswegen machen wir den Vorschlag, doch mindestens für die nächste Landtagswahl es mal zu versuchen, dieses nächtliche Plakatieren eben nicht null, also diesen Plakatierstart nicht null Uhr starten zu lassen, was dann alle dazu zwingt, nachts unterwegs zu sein, ohne dass Menschen, andere Menschen, die da soziale Kontrolle ausüben können, auch noch da sind, also tagsüber halt das Plakatieren durchzuführen, was gleichzeitig auch hoffentlich zu einem fairen Plakatieren führen würde und eben nicht dazu, dass schon am Vortag nachmittags um vier ganze Laternenmasten mit Plakaten vollgehangen sind. Es gab im Ausschuss das Argument, na ja, wir haben ja nicht einmal die aktuellen Regelungen durchgesetzt, die Plakate hängen überall, zum Beispiel, das hatten sie nicht gesagt, aber sie hängen an Jungbäumen, sie hängen in der Nähe von Schulen und öffentlichen Einrichtungen, sie hängen in Größen, die nicht zugelassen sind. Aber ich denke, zu sagen, wir können die Regelung nicht einhalten, kann kein Argument dagegen sein, jetzt nochmal andere Regeln zu versuchen und man muss auch sagen, auch gerade der Punkt, dass das Ordnungsamt natürlich nicht in der Lage ist, bei dieser Menge an Plakaten, die wir jetzt draußen sehen, den Verstößen nachzugehen, ist durchaus nicht erst jetzt, sondern auch schon bei vorherigen Wahlen eingetreten, aber hat natürlich jetzt mit dieser Masse an Plakaten noch zugenommen, weswegen wir schon einmal ankündigen, dass wir dann auch in einem weiteren Schritt, der jetzt aber nicht mehr in einem Eilantrag, glaube ich, sinnvoll unterzubringen wäre, auch eine größere Änderung der Wahlwerbesatzung vornehmen würden, was zum Beispiel auch beinhaltet, dass man an jedem Standort nur noch ein Plakat jeder Partei oder Wählervereinigung hängen könnte. Genau, ich würde mich über Zustimmung zu diesem Antrag freuen. Wir freuen uns, dass es als Eilantrag jetzt zugelassen worden ist. Wir haben in absehbarer Zeit die nächste Plakatieraktion vor uns und können auch mal versuchen, das dann tagsüber, auch mit der größeren Einsicht, dass dann die Menschen transparent sind, ah, es hängt wirklich hier einen Tag vorher schon was. Das ist nicht okay, das mal zu versuchen und dann gegebenenfalls noch eine größere Änderung der Wahlwerbesatzung anzugehen. Danke. Okay, dann wollen wir jetzt in die Fraktionsrunde starten. Herr Lommel, bitte. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, ja, der Antrag ist in zwei Teilen zu bewerten. Der eine ist das Bekenntnis für Gewaltfreiheit, selbstverständlich nicht nur bei Plakatieren, bei allem. Wir haben leider im Wahlkampf sowohl bei der einen Seite wie auch bei anderen Seiten Gewalt erlebt und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man sich dagegen ausspricht und es ist auch etwas Schlimmes. Jetzt kommt der zweite Teil des Antrages, dann soll jetzt das Plakatieren auf eine andere Zeit umgestellt werden und das soll dann das Problem möglicherweise verbessern. Und gerade, und da haben die Grünen zumindest fast einen Weltrekord erreicht, zumindest in dieser Legislatur, heute Morgen, heute Mittag im Ausschuss jetzt hier schon beschlossen, also einen Erfolg haben Sie schon, dass es so schnell geht, also einer der schnellsten Anträge. Aber der zweite Teil ist meines Erachtens nicht zielführend, im Sinne von, dass dann auch dadurch Gewalt verhindert wird. Ob ich jetzt um 10 Uhr anfange, 9 Uhr oder um 12 Uhr anfange, das ist wurscht, meines Erachtens. Ich finde, man sollte den Leuten, es gibt eine Zeit und wenn die Leute nachts plakatieren wollen, weil dann vielleicht ein bisschen mehr Ruhe ist, mit dem Verkehr ist es in Ordnung. Und ich muss die Regeln um 10 Uhr einhalten und um 0 Uhr einhalten. Das gilt für alle Parteien, auch für meine. Da haben vielleicht meine, auch andere Parteien dagegen verstoßen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall liegt es an uns, das ein Stück weit zu verbessern. So, und ansonsten, Bekenntnis für Gewaltfreiheit bei Plakatieren. Ja, weitere Regelungen? Nein. Vielen Dank. Dann würde ich noch mal Frau Mühle fragen. Wollen Sie noch mal? Okay. Okay, dann CDU-Fraktion, Herr Joachim Braun. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, auch wir stimmen dem Antrag Ziffer 1 zu. Selbstverständlich gibt es überhaupt nichts daran zu deuteln. Den Ziffer 2 und 3 sehen wir kritisch. Wir haben uns auch dagegen entschieden. Das Wichtigste wäre eigentlich, dass wir uns, da kann ich Herrn Lommel nur zustimmen, dass wir uns, und ich glaube, das erwarten unsere Bürger, dass wir uns an die Regeln, die wir der Stadt geben, letzten Endes uns selbst an uns halten, uns an diese Regeln halten. Und das ist, wer losgefahren ist und wer, wie ich, um 0 Uhr angefangen hat zu plakatieren, der hat kaum noch einen freien Mast gefunden. Und das ist völlig inakzeptabel. Und das geht nicht. Und das ist der eigentliche Punkt, den wir mal, den kann man nicht beschließen, sondern das ist eigentlich eine Ehrensache, dass man so etwas nicht macht. Und deswegen macht es jetzt auch wenig Sinn, einen Zeitraum vorzuverlegen, soziale Kontrolle. Ich glaube, der andere Aspekt ist auch die Sicherheit derjenigen, die plakatieren. Und wenn Plakate aufgehangen werden dürfen, dann kann man natürlich selbstverständlich auch in der Art und Weise sein Auto parken oder mit welchem Gefährt man das auch immer macht, dass es in unmittelbarer Nähe des Plakatsmastes ist. Wie jedes andere Fahrzeug, der in einem besonderen Auftrag, wenn Sie so wollen, ist, tätig ist, kann das auch. Wir halten das auch für keine sinnvolle Regelung, jetzt auf 10 Uhr zu gehen. Ich nehme aber ausdrücklich, Frau Mühle, das Angebot an. Das hätte sonst auch von mir gekommen, wäre von mir gekommen, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir die Wahlwerbesatzung noch verändern können, um insgesamt hier eine bessere Regelung nach den Erfahrungen auch, die wir haben machen müssen, treffen zu können. Da gibt es noch verschiedene andere Punkte und da lassen Sie uns zusammenarbeiten. Aber so jetzt diesen Schnellstoß machen wir in dem Sinne nicht mit. Vielen Dank. Okay, dann Linksfraktion das Wort gewünscht. André Schäuber. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, die Grünen meinen, prügelnden Nazi-Schläger mit der Wahlwerbesatzung stoppen zu können. Mit Verlaub, ich halte das für lächerlich. Das ist Unsinn. Erstens. Zweitens. Zweitens, Herr Stadtrat Hans. Ich plakatiere auch noch. Davon können Sie ausgehen. Zweitens. Ist das Verprügeln anderer Menschen in unserem Land bereits verboten? Das kann man in § 223 des Strafgesetzbuches nachlesen. Und wer gegen dieses Verbot verstößt, da der erhält eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe. Drittens. Wir haben eine gültige Wahlwerbesatzung. Der Übergriff, der Anlass für Ihren Antrag ist, Herr Stadtrat Hans, hat außerhalb der Zeiten dieser Wahlwerbesatzung stattgefunden. Das heißt, selbst wenn man Ihre Regeln anwenden würde, hätte sie diesen Übergriff nicht verhindert. Und das zeigt diese ganze Hilflosigkeit dieses Antrages. Meine Damen und Herren, ich finde, der Fachausschuss hat eine vernünftige Beschlussempfehlung abgegeben. Er empfiehlt nämlich dem Stadtrat, dass er jedwede Gewalt verurteilt. Dem werden wir auch zustimmen. Den weiteren Punkten nicht. Und deshalb beantrage ich punktweise Abstimmung, nämlich Punkt 1 einerseits und die Punkte 2 und 3 andererseits. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, dann SPD-Fraktion das Wort gewünscht. Herr Eignenbühner. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Einige Vorrednerinnen und Redner haben natürlich recht. Man wird jetzt mit so einer Änderung der Satzung nicht alles, das Problem nicht lösen. Das ist klar. Uns als Fraktion erscheint es trotzdem bedenkenswert, mal da tatsächlich zu einem anderen Zeitpunkt auch zu kommen. Ich habe mich aber eigentlich wegen einer anderen Sache noch gemeldet. Eine Sache hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Herr Dr. Brauns hat ja gerade so gesagt, ja, wir sollten mal darüber nachdenken, die Wahlwerbesatzung zu ändern. Es gab meines Wissens da vor kurzem mal eine Verwaltungsvorlage dazu. Ich glaube, die ist jetzt in Gremieninfo mit zurückgezogen gekennzeichnet. Und es gab zu dem Thema, glaube ich, einen Änderungsantrag einer Fraktion, weil wir waren auch nicht wirklich zufrieden mit der Vorlage, haben uns dann die Mühe gemacht, da mal ein bisschen tiefer reinzugehen und zu sagen, das wollen wir, das wollen wir nicht. Der ist, glaube ich, im System auch noch abrufbar. Von anderen Fraktionen konnte ich das hingegen nicht erkennen. Also wenn man da so großen Überarbeitungsbedarf erkennt oder Diskussionsbedarf, es hätte eine Vorlage dazu gegeben und da hätte man sich daran ausleben können und sagen können, das wollen wir, das wollen wir nicht. Und am besten machen wir es vielleicht nicht 10 Uhr, sondern 9.45 Uhr, aus welchen Gründen auch immer. Das hätte man da alles diskutieren können. Aber der Wille hier im Stadtrat darüber ernsthaft mal zu sprechen, über die Vor- und Nachteile, der war nicht da, obwohl, glaube ich, zu wenigen Themen so viel Expertise in diesem Raum vorhanden ist wie dem Plakatieren, weil, glaube ich, hier fast alle einen persönlichen Bezug zu dem Thema haben. Also da würde ich mir dann schon wünschen, dass wir nicht nur nach solchen Anlässen ernsthaft über solche Themen sprechen, sondern auch davor, wo es entsprechende Möglichkeiten auch gab. Danke. Okay, damit haben wir die Fraktionsrunde abgeschlossen und jetzt würden wir in die zweite Runde einsteigen. Herr Aschenbach, dann Micha Schmelig, dann Dr. Brauns und dann würde auch noch mal Bürgermeister Stefan Kühn was dazu sagen. Das Ziel eures Antrags, politisches Ehrenamt absichern, gefahrloses und faires Plakatieren gewährleisten, Anpassung der Wahlwerbesatzung, wird im Titel deutlich. Nachdem nun Sozen und Grüne erfahren haben, womit man in weiten Teilen Sachsens als linker Antifaschist-Ausländer oder andere Minderheit mit Straßenkontakt schon Jahrzehnte vertraut ist, körperliche Gewalt und Übergriffe durch Nazis, wollt ihr all die fleißigen Wahlkämpfer da draußen besser schützen. Fein. Wie wollt ihr das erreichen? Zuallererst natürlich durch ein Bekenntnis des Stadtrats. Das hilft immer. So lautet Beschlusspunkt 1, der Stadtrat verurteilt jede Gewalt. Gebongt, doch es geht weiter. Auch in der politischen Auseinandersetzung. Hä? Und ich dachte, wenn es um Politik geht, ist hauen erlaubt. Uns eint das Selbstverständnis mit Sachargumenten. Ha ha, was auch immer das sein mag. Ein Argument ist ein Argument. Was ihr meint, ist sicher Scheinargument. Zurück zum Text. Uns eint also das Selbstverständnis mit Scheinargumenten und überzeugenden Kandidaten und Kandidatinnen, hihi, in den Wettstreit um die Gunst der Wählerinnen und Wähler zu treten. Das ist gelogen. Im völlig verblödeten politischen Normalbetrieb sind Argumente schon seltene Randerscheinungen. Scheue Kreaturen vom Aussterben bedroht, so scheint es. Im Wahlkampf wird nur noch Quatsch erzählt. Tunnel, Flugtaxi, Sozialsegen, Klimarettung. Jeder verspricht alles, Hauptsache es gefällt. Aber weg vom sprachlich und damit unweigerlich inhaltlich unterirdischen Stadtratsbekenntnis zum Kern des Antrags, dem Schutz der Ehrenamtler. Ich verlese Punkt 2 des Antrags. In Punkt 2, Punkt 1, Wahlkampf und Vorwahlzeit der Satzung der Landeshauptstadt Dresden zur Verfahrensregelung über die Werbung für politische Zwecke auf öffentlichen Straßen während der Wahlkampfzeit, Satzung, Verfahrensregelung, Wahlwerbung, wird die Angabe 0 Uhr in 10 Uhr geändert. Übersetzt zum Schutz der Plakatierenden sollen diese erst 10 Uhr anfangen dürfen. Oder wie es in der Begründung heißt, die Verschiebung des Fristbeginns der Vorwahlzeit auf 10 Uhr soll dafür sorgen, dass das Plakatieren bei Tageslicht erfolgen kann. Und wieder frage ich mich, seid ihr dumm? Wenn die Grünen jetzt Angst haben, nachts auf die Straße zu gehen, dann steht es euch frei, nur bei Tageslicht das Haus zu verlassen. Das könnt ihr einfach machen. Es allen anderen aufzunötigen, ist schwachsinniger Scheinaktionismus mit Freiheitsbeschränkungen für angebliche Sicherheit. Weil im Dunkeln mehr passiert, dürfen alle nur noch im Hellen raus. Das löst kein Problem, nutzt niemanden, aber macht für einige das Leben schlechter. Toll. Oder geht es euch eigentlich gar nicht um die Gefahr, sondern die Fairness? In eurer Begründung steht ja weiterhin, gleichzeitig kann das vorfristige Aufhängen von Plakaten, das bisher teilweise bereits ab Mittag des Vortags zu beachten war, besser vermieden werden. Mi, 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 wie gemein, manch einer hängt ein paar Stunden zu früh. Wenn wir jetzt die Regeln ändern, dann halten sich alle an die Regeln, ganz bestimmt. Aber das führt uns zum Wesentlichen. Anlass dieses ganzen Boheiß ist ja der Schlag, der diesen Ecke traf. Ich zitiere aus dem Spiegel. Der sächsische SPD-Europa-Spitzenkandidat war am Freitag vergangene Woche in Dresden beim Plakatieren zusammengeschlagen worden. Er erlitt Knochenbrüche im Gesicht. Im Interview beschreibt er seine Erinnerung an die Attacke. So sei er gegen 22.30 Uhr im Dresdner Stadtteil Strießen unterwegs gewesen. Gegen 22.30 Uhr. 22.30 Uhr. Die Scheißsoze war mindestens anderthalb Stunden zu früh unterwegs. Ordnungswidrig as fuck. Ich hoffe, Eva Jeniken hat Ralf Lüps schon von der Kette gelassen. Ja, bitte. Bitte aus Vokabellar achten. Ansonsten gibt es hier einen Ordnungshof. Ja, gut. Ich hoffe, Eva Jeniken hat Ralf Lüps schon von der Kette gelassen. Und ganz schnell wird aus einem Opfer ein Täter. Was wäre wohl passiert, wenn die SPD weniger kriminelle Energie aufgebracht hätte und satzungsgemäß erst 0 Uhr plakatiert hätte? Wäre der jungen Nazi schon besoffen in Muttis Bettchen gefallen? Hätte Ecke nun keine Kante? Wäre uns dann diese empörende Empörung von Politikern für Politiker erspart geblieben? Würde man in Dresden, in Sachsen, in Ostdeutschland als Punk-Ausländer-Andersartiger nicht mehr von Nazis auf die Fresse kriegen? In der Vorwahlzeit, ab 10 Uhr. Ja, ganz sicher. Problem gelöst. Doof. Okay. Dann würden wir weitermachen in der zweiten Runde mit Michael Schmelig, dann Harjo Brauns, dann Susanne Krause. Und wie angekündigt, wurde der Baubürgermeister auch noch was sagen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ereignisse, speziell hier in Dresden im letzten Wahlkampf, sind aus meiner Sicht so besorgniserregend, dass ich nicht bereit bin, mich darüber, auch wenn es vielleicht um einen schlechten Antrag geht, lustig zu machen. Und es gibt wenig Anlass. Es gibt wenig Anlass zur Häme. Natürlich wird man sich darüber streiten können, ob ein Antrag, der darauf abstellt, die Plakatierzeiten zu ändern, auch nur halbwegs zielführend ist. Ich bin der Meinung, dass es Scheinlösungen sind. Natürlich ist es so. Das ist so wie den Vorschlag zum Unterbreiten bei einer Sturmflut Regenschirme auszuteilen. Das hilft gar nichts. Und das ist ein bisschen Aktionismus. Natürlich. Aber was uns mit dem Antrag einen sollte, ist, uns ernsthaft Gedanken zu machen, wie wir auch in dieser Stadt das Engagement auf der Straße für politische Organisationen, für politische Ideen eben nicht zu einem Spießrutenlauf, der lebensgefährlich oder eben gefährlich für die Gesundheit ist, zu machen. Da muss sich dieser Stadtrat Gedanken machen. Der Antrag ist natürlich ein Schnellschuss, der nicht zielführend ist. Und deshalb kann man in der Tat über den ersten Punkt vielleicht streiten oder man kann den ersten Punkt zustimmen. Aber der Rest ist doch wirklich ein bisschen mit sehr heißer Nadel gestrickt. Und er hat auch ein bisschen was Perfides. Weil wenn ich jetzt zu der Einschätzung käme, dass eine bestimmte Gruppe oder zum Beispiel Frauen, die nachts auf die Straße gehen, besonders gefährdet sind, müsste ich fordern, dass es nächtliche Ausgangssperren gibt. So einen Quatsch wollen wir doch nicht anfangen. Wir können doch nicht im Grunde genommen eingreifen in die Gestaltungsmöglichkeiten, zum Beispiel auch von politischen Organisationen, nur deshalb, weil wir der Meinung sind, dass es hier besondere Gefährdungssituationen gibt. Und dieser Stadtrat wird sich auch, darf auch nicht so kurz greifen, wie ich finde, weil in der Tat, und zwar nicht für diejenigen, für diese wilden Schläger, die da unterwegs waren, sondern für einen großen Teil der Bürgerinnen und Bürger mittlerweile die Art und Weise, wie in dieser Stadtwahlkampf geführt wird, diese Materialschlacht, diese Schilderwälder, die hier zum großen Teil nachher auch unten am Boden liegen, sind ein Ärgernis. Und das sollte vielleicht auch mal eine Erkenntnis aus dem letzten Wahlkampf sein, dass ich dieser Stadtrat mal Gedanken machen sollte, wie man wieder zu zivilisierter Form von Wahlkampf in dieser Stadt zurückkehren kann. Weil das war kein zivilisierter Wahlkampf in dem Sinne, wie ich es gerade auch beschrieben habe. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Sie wissen ja vielleicht, das ist in ganz Niedersachsen zum Beispiel so, dass keine Wildplakatierung in dem klassischen Sinne passiert, sondern dass große Tafeln aufgestellt werden, die kandidierenden Parteien und Wählervereinigungen sich dann dort irgendwie auch präsentieren können. Aber eben nicht überall, an jeder Häuserwand, wo in jeder Nebenstraße ein entsprechender Schilderwald sozusagen gepflanzt wird, der ja dann auch im Regelfall durch auch Vandalismus natürlich zur Stolperfalle für viele Fußgänger werden wird. Und nicht nur Fußgänger, sondern auch Fahrradfahrer sind davon betroffen gewesen. Also es gibt sicherlich viele Gründe, über die Wahlkampfsatzung sich Gedanken zu machen. Und ich finde, das sollte der neue Stadtrat auch tun. Das kann ich nur empfehlen, auch als jemand, der für viele Wahlkämpfe auch in dieser Stadt verantwortlich war. Aber wir sollten weder mit Häme auf diesen Wahlkampf zurückblicken, noch zu schnelle Lösungen finden. Trotzdem sollte diesen Stadtrat nach wie vor einen, einen, dass Gewalt und politische Auseinandersetzung in einer zivilisierten Gesellschaft keinen Platz haben sollten. Und darüber sollten wir uns zumindest einig sein und auch durch unser Handeln diese Einigkeit unterstreichen. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Harjo Brons. Ich würde es gleich vom Platz aus machen, hätte nur eine Anmerkung an Herrn Schollbach. Der Ausschussbericht ist Punkt 1 zustimmen, Punkt 2 und 3 ablehnend. Nach Ihrer Rede vermute ich, dass Sie das genau erreichen wollen. Deswegen meine Nachfrage, ob aus Ihrer Sicht dann die punktweise Abstimmung sinnvoll ist. Gut, können wir uns noch überlegen. Dann Susanne Krause. Ich habe dich gesehen, Dietmar. Da muss die Geschäftsordnung sagen, bitte. Dann bitte. Ja, ich verstehe ja Herrn Schmelich, dass er auch seine letzte Rede halten wollte. Ich beantrage Ende der Rednerliste und Abstimmung. Und die Leute, die noch Plakate hängen haben, die sollten die Zeit nutzen, dann heute noch Plakate abnehmen. Schluss der Diskussion. Damit ist der Antrag gestellt, wer dafür ist, dass wir die Rednerliste abschließen, dem bitte ich um das Stimmzeichen. mit 50, ja, 5, nein, null, enthalten, so geschlossen. Dann würde jetzt noch Susanne Krause reden, dann das Schlusswort der Grünen und dann noch Bürgermeister Kühn. Als Schlusswort. Oder machen wir das da als Schlusswort? Ja, ich würde das als Schlusswort anbieten. Ja, ich, Michael Schmelich hat schon ein paar Sachen gesagt, die ich auch sehr wichtig finde. Ich finde es schon ein bisschen interessant, dass jetzt das so ins Lächerliche gezogen wird, wo wirklich schlimme Dinge passiert sind. Und nein, natürlich bilden wir uns nicht ein, dass wir so das Problem mit Rechtsextremismus auf unseren Straßen lösen können. Das ist ganz klar. Da gibt es noch ganz viele andere Aufgaben, die wir erledigen müssen. Und das schieben wir auch nicht von uns, sondern das wird stetig weiter unsere Aufgabe und auch unser Bemühen hier in diesem Stadtrat sein. Es geht darum, einen Anreiz zu schaffen, nicht schon in der Nacht loszugehen. Genau das, was hier auch vorgetragen wurde. 22.30 Uhr. Und wenn Sie mal ehrlich sind, viele von uns fangen auch schon vor Herrn Dr. Brauns an zu plakatieren. Und warum passiert das? Es passiert, weil eben explizit drinsteht in der jetzigen Wahlwerbesatzung, dass der Beginn 0 Uhr ist. Wäre das nicht so, würden die Leute nicht schon im Dunkeln losgehen. Davon bin ich relativ stark überzeugt. Und was das Thema Fairness im Wahlkampf angeht, dann kann man wirklich auch sagen, diejenigen, die auf professionelle Dienste zurückgreifen, sind häufig wirklich schon Mittags, Freitag am Mast. Und ich empfinde das als sehr unfair. Und ich weiß, dass manche Parteien, da haben wir jetzt weniger ein Problem, haben eine relativ hohe Altersstruktur. Die Leute gehen auch nicht nachts unbedingt los. Und insofern fände ich es eigentlich fair, einen Anreiz zu schaffen, diesen Beginn, nur den Beginn des Plakatierens, eben nicht so eindeutig in die Nacht zu legen. In der Folge, und jeder von uns weiß das, in den Tagen danach wird weitergehängt, es wird verdichtet. Wir hängen auch noch mal andere Motive, je nachdem, die Kampagnen sind verschieden. Da kann jeder hängen, wann und wie er will. Es geht nur um diese erste Nacht, wo es eben immer darum geht, uns allen strategisch günstige Standorte zu finden. Und es war jetzt einfach mal ein ganz klitzekleiner, pragmatischer, unkomplizierter, unbürokratischer Vorschlag, den wir hier gemacht haben. Und was hier daraus für eine Diskussion entstanden ist, das ist eigentlich wirklich sehr, sehr interessant. Man muss das jetzt nicht nachvollziehen. Ich kann damit leben, dass das eine Ablehnung erfährt. Aber ich finde es wirklich interessant, was die Diskussion jetzt hier so mit sich gebracht hat. Man hätte auch noch mal sagen können, wir wollen es nur für die Landtagswahl, wir wollen es mal ausprobieren. Das habe ich im Ausschuss angeboten. Ist niemand darauf eingegangen. Man hätte sagen können, wir nehmen eine andere Uhrzeit. Wir wollen schon 7.30 Uhr am Mast sein. Wäre auch möglich gewesen. Aber auf diese Dinge ist nicht eingegangen worden. Und dann wollte ich noch einen Satz sagen zu dieser verunglückten Vorlage der Stadtverwaltung. Stefan Engel hat es gesagt. Es gab dann außer der SPD keinen weiteren Änderungsantrag. Aber ich muss mal sagen, das lag auch an so ein paar Stielblüten, die da drin waren. Bis hin zu Regelungen, wie mein Lieblingssatz war, das Verwenden von Schrauben und Befestigungsmittel aus Drahtgeflecht ist untersagt. Was ist das? Also ich weiß, was eine Schraube ist, aber was Befestigungsmittelaustrag ist. Also es gab viele Dinge, die waren da noch nicht so ganz rund aus meiner Sicht. Und offensichtlich hat unsere Diskussionsfreude in den Ausschüssen dazu geführt, dass die Stadtverwaltung ganz verängstigt war und ihre Vorlage zurückgezogen hat. Ich bin unbedingt dafür, dass wir uns in der kommenden Legislatur damit nochmal auseinandersetzen. Auch dieses Beispiel aus Niedersachsen habe ich 2019 schon eingebracht. Damals war ich da auch in meiner Partei die Einzige, die das cool fand. Wir können das gerne weiterentwickeln. Das sollten wir auch tun. Und jetzt, wir wollen das gerne auch nochmal punktweise abstimmen. Und ich will auch der Verwaltung nochmal danken, denn sie hat nochmal eine Verbesserung in die Formulierung gebracht. Deswegen bitte ich um Abstimmung der Beschlussempfehlung in den zwei Blöcken, Punkt 1 und getrennt Punkt 2 und 3. Dankeschön. Okay, eine Bemerkung noch von mir. Das Drahtgeflecht, das war gängig in den 90ern und Anfang 2000er Jahren. Hat viel, viel Mühe gemacht. Aber jetzt Stefan Kühn. Das mit dem Drahtgeflecht kann ich bestätigen. Nein, aber zur Sache, auch weil es Stefan Engel angesprochen hat, wir hatten eine Änderung der Wahlwerbesatzung eingebracht, über den man ja trefflich streiten kann. Ich glaube, der Zeitpunkt der Einbringung war nicht günstig, weil alle schon sozusagen mit Blick auf den Wahlkampf sondiert haben, ob sie aus der Satzung irgendwelche Vor- und Nachteile haben. Die Verwaltung ist natürlich überhaupt nicht verängstigt, zu keinem Zeitpunkt. Ich würde Ihnen aber, auch was Herr Brauns angesprochen hat, ankündigen, dass wir unmittelbar nach der Konstituierung des neuen Stadtrates interfraktionell zusammenkommen wollen. Ich würde dann auch einladen zur Novellierung der Wahlwerbesatzung. Ich denke, wir haben bei einer ähnlich anspruchsvollen Satzung der berühmten Straßenkunstsatzung, ist ja auch hinbekommen, am Ende mit einer relativ breiten Mehrheit hier im Rat einen Kompromiss hinzubekommen. Und wenn uns das im Herbst für die Wahlwerbesatzung gelingt, dann haben wir vielleicht auch nochmal andere Rahmenbedingungen, faire Rahmenbedingungen mit Blick auf die Bundestagswahl, die ja dann 2025 ansteht. Also das werde ich auf alle Fälle machen und ich würde mich da freuen, wenn es ein konstruktives Mitwirken der Fraktion, wie viel es dann auch immer sein werden, dann auch gibt. Okay, dann würden wir zur Abstimmung kommen und wie beantragt punktweise und vielleicht der Hinweis noch, weil Harjo Brauns danach gefragt hatte, wenn wir dann Punkt 2 zur Abstimmung stellen, würden diejenigen, die zustimmen, entsprechend ablehnen. Dass das nochmal allen klar ist, das würde auch den Punkt 3 bedeuten. Wer zustimmt dort, lehnt dann zum Schluss ab. Okay, da würden wir mal in die Abstimmung einsteigen, wer Punkt 1 zustimmen kann. Den bitte ich um das Stimmzeichen. Das hätte mit 53 Ja eine Nein-Null-Enthaltung eine Mehrheit bekommen. Ich rufe Punkt 2 auf, wer hier seine Zustimmung geben kann. Wer zustimmt, lehnt ab. Das hätte mit 35 Ja, 19 Nein so ebenfalls bestätigt. Und Punkt 3, gleiche Prozedere. Wer hier zustimmt, lehnt ab. Ich bitte um das Stimmzeichen. Das hätte mit 35 Ja, 20 Nein eine Mehrheit gefunden. Ich wünsche allen einen schönen Abend und wir sehen uns dann alle morgen 15 Uhr. und wir sehen uns dann auch noch ein paar Minuten. Vielen Dank. Vielen Dank.